What's poppin', YouTube, YouTube, YouTube! Wir reagieren heute auf Drake, First Person Shooter. Das Lied ist schon etwas länger draus und da sind Albumen zu dem Lied. Also, das Lied, das in dem Album drin ist. Das Musikvideo ist vor acht Tagen rausgekommen. Reagieren gemeinsam drauf. Rein da, rein da. Wird kommt sie. They're on me. I'm getting cooked. Check my six. Check my six! Fuck! Okay. Hello? Ich sag dir so, diese Intro hat mir schon gefallen. Das hat eine gute Weise gegeben. Schau dir das an, diese... Und man kennt das Lied ja schon. Man ist... Man ist so gespannt, was jetzt... Man ist jetzt gespannt auf das, was kommt. Ich find das Baba schon am Anfang. Sagt dir ehrlich, ich find's schon Baba. Und hier so kleine Sachen. Hier hinten, hinten rechts, steht Gout hier ein bisschen. Gout, sehr seriös. Check my six! Fuck! I'm coming call, the CAO, Drake, muss es sein. No, 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 everything's good here. Everybody is working, working hard. Nobody has left their deaths all day. I've been keeping it... Nine to five. Ich grüße Hasim, der die ganze Zeit nine to five ist Hasim. Grüße an dich. Hi, Autumn. Thank you. Thank you, sir. Baba, anfangen hat mich, hat mir sehr gefallen. Hier so, dann zieht ihr wieder Kopfhörer an. Und es wird wieder cool, find ich richtig Baba. Ich feier so, so kleine Details, find ich Baba. Hier keine Amerika-Flagge, sondern natürlich Kanada. Oh, no. Tadda, la, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the three, not the two, I'm the UNO. Yeah. Numero, UNO. Me and Drizzy, this shit like the Super Bowl, man. This transition to start. Ah. Oh, man, this shit, then it big. It's the... Das sind die alle, die da diese Puppen hingehängt haben. Hingehängt? Hingehängt haben. Und der CIO, der fetter, hat nicht gecheckt, das ist das Puppen. Big is the what? Big is the what? Big is the Super Bowl, but they give... Pfff. 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 I'm not going to close. Da könnte ich was viel krasseres machen, vor allem Drake, der ist schon länger mit dem Business, ich denke da kann man was krasseres machen. Was ein Übergang, welcher Turm war das? Welche Figur war das? Die Mauer, die Mauer nennt man das Mauer? Mauer, ja, Mauer? Irgendwie sowas, okay. Ich dachte vielleicht das wäre, nein es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, aber was mein Gedanke war, dass es die Königin oder der König ist, und der hat diese, deswegen diese Figur, also dass man, deswegen aus dieser Figur gekommen ist, checkt ihr? Das wäre abgewichst, aber es macht keinen Sinn, weil Königin und König sind oben zu, also. Das finde ich richtig tot, aber ein bisschen nicht tot, das passt gar nicht, also irgendwie. Die Produktion, Brüder, das ganze Video ist so clean, so clean. Ein guter Witz eingebaut, cool. Hat der von mir gelernt, der Bruder hat von mir gelernt, wie man Swish. Baba. Baba, diese Drop, Baba, dieser Drop, Baba. Ich hab darauf gehofft. Ich hab vergessen, wie das weitergezliebt, Baba. Baba. Ficker. Er ist ein Ficker. Ficker. Er hat alles aufgehört. Zu krass. Das ist nicht mehr erwartet. Ficker. Das ist krass. Das ist krass. Das ist einfach ein kleiner Film. Ich finde das krass. Ich finde das zu krass. For all the dogs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte nicht mal jeder gecheckt, glaube ich. For all the dogs. Der Album heißt For all the dogs. Und deswegen hat der For all the dogs outside. Ich bin so schlau, ich bin so schlau. Zu krass. Guck, ich wusste nicht mal, wie das Album heißt. Und dadurch, dass diese ganzen Hunde da waren. Ich wusste nicht mal, wie das Album heißt. Das war zu krass. I search one name at end of scene at 2010s. Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine. Man, I pack them in this phone like some sardines. And they send me naked pictures as the small things. You nigga still taking pictures on. Die haben Hundemasken an. Diese Kriminellen haben auch Hundemasken an. For all the dogs. Und diese Hunde in dem Aufzug. Da kam ja immer diese Einblendung. Das waren auch eigentlich diese Typen. For all the dogs. Also er meint nicht nur dogs. Also die Hunde sind dann my dogs. My bros. My dogs. Bruder, ey. So krass. My dogs. Is the dogs my dog. My youngest, Richard ain't, you rappers in AR stream. I really hate that you been selling them some fast streams. Man, if your pub was up for sale, I buy the whole thing. But they ever give me flowers, well of course not. I don't wanna have that talk, cause it's a sore spot. They know the boy the one that got a boycott. I told Jimmy Jam I use her Grammy as her doorstop. Girl, give me some hair, because I need it. And if I fuck with you, then after I might eat it, what. Niggas talking about when this gonna be repeated. What the fuck, bro, I'm one away from Michael, nigga, beat it, nigga, beat it, one, beat it, one. For all the dogs. My dog. Ja, Digga. Das ist krass. Gefällt mir. Das ist krass. Ich finde das zu krass. zu kurz Rekki Jackson auf den mit Dings Glitzer Handschuh Zipfer zu kurz Bruder das war auf jeden Fall ein dickes W das hat mir sehr gefallen ich weiß ich hab es an meiner Reaction glaube ich gemerkt aber ich fand das zu krass auch für All The Dogs das hat mich am meisten geflasht weil ich das dann so wusste und auch perfekt mit J. Cole diese Antich diesem Louis V Bild was Ronald und Messi gemacht haben die sind auf Augenhöhe oder die regieren diese Musikindustrie also mit deren Einfluss Jan-Luthienisch, Travis und so das sind auch noch welche aber oh da schottest du stark ist schön oder kommentiert das Ganze und vergesst wie gesagt nicht mir auf Instagram zu folgen überlauber Instagram ab to the kid tag 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 einmal folgen bis dann ciao ciao